Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zeigen wir euch heute mal einen Artikel der ja relativ neu auf dem Markt ist. Zwar die Säke oder wie auch immer das ausgesprochen wird von Tulit. Made in China steht schon viel Fett drauf aber ist aber eigentlich immer fast immer so. Hier noch Aufstellanleitungen also es sind Fontänen, hier noch eine NM von KM 6 Gramm. Also pro Stück das ist jetzt eine 25er Schachtel. Ja, sieht eigentlich ziemlich schön aus. Gucken wir mal was dahinter steckt. Also die sind relativ klein aber dafür also für die Große haben sie eine ziemlich große Effekt. Höhe oder einen ziemlich großen Effekt für die kleine Größe. Das war es eigentlich jetzt auch schon im Prinzip. Für das Review kann man ziemlich viel mehr sagen und dann sehen wir uns gleich beim Test wieder. So jetzt im Test die Säke von Tulit. Also für die Größe wirklich eine super Brenndauer. Eine sehr große Steighöhe. Und für den Preis auch sehr zu empfehlen. Weil in dieser 25er Schachtel sind ja auch 25 Stück drin für 7 Euro. Also eigentlich ein guter Preis. So, wir hoffen euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann! Bis dann!